Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Puzzle. Ja, wieder mit Annas Quest. Ja, wir spielen jetzt wieder Annas Quest und ja, wir sind der blauen Part, äh, Part 3. Joringel hängt immer noch an der Wand und schild da ein bisschen. Jo, Joringel, wie geht's dir eigentlich? Wir haben nicht mit jemandem geredet. Hm, was können wir eigentlich mit der Katze machen? Haben wir irgendwas um die Katze zu... keine Ahnung. Öpne die Tür gleich jetzt. Ah, ah, Tür. Oh, Manu. Ich wollte ein bisschen randadieren. Komm, machen wir mal so. Schneller. Haben wir keine Zeit. Ähm, nein, danke. Ich lasse das da. Ich will nicht, den poorer Typ. Nein, ich versuche niemanden anderen, für meine eigene Sache. Warum denn ich? Oh, das ist eine Spinne. Hm, ich muss doch kurz meine Schwester rufen, die mag Spinnen. Ja, ha, 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 ha. Ich hab' bei Kippo. So. Äh, Ben. Ich hab' mit mir mal Ben. Hi, Ben. Hallo, Anna. Wie geht's dir? Ähm. Da. Ich habe jemanden gefunden, die uns helfen. Sein Name ist Joringel. Und er weiß ein secret Weg raus. Ich war gerade nach der Strecke, wenn er plötzlich appellte und mir überrascht. Oh, wow. Das ist wirklich gut. Ähm. Aber Anna, was du meinst, bei... ...suddenly appeared? Well, du siehst, er... ...he ist ein Schuss. Oh. Ähm. Aber es ist okay, Ben, es ist okay. Er ist ein guter Schuss. Und er ist unten drastisch. Er wird dir nicht beurteilen, ich versuche. Oh. Okay. Ja, das ist gut. Ähm. Was, wenn wir nicht den Körn... Nein. Irgendwelche Vorschläge? So. Any ideas? Well, ähm. Couldn't we just kinda... ...explode the wall away? And just run for it. Run for our lives. Ähm. Ben, I... I'm not sure, that's the best idea. I don't think it's exactly strong enough to just... ...blow away walls. Oh. Oh. And if the witch sees us escaping... ...we're done for. I think if we're going to get away from here... ...we need to be more careful. Find some way that's quiet. Without her noticing us. Ben... ...what if we can't get away? In the end... ...we might not be able to escape the witch. Yeah, I did think about that. ...I just would feel bad for you. With your grandpa and all. Your grandpa is sick? Yeah. Oh. I don't even know what it is. It was so strange. One day he was perfectly fine. He was even working with the crops. Then the next morning he just... ...couldn't get up. Oh my. I'm so sorry, Anna. We'll find a way out. And find a cure. I see more. Okay, Anna. I see more. Habt ihr gesehen? Doch. It's not bedtime. It's a skip time. Oh. Oh. Da ist ein Bonbon. Oh. Also, das ist ein bisschen entschuldig, da ist nur ein altes Rekorder in hier, welches nicht funktioniert wird. Oh, gut. Schlüssel, ja, ne? Ey, ich bin, ich bin Fuchsteufelswild. Ich schmeiß dich jetzt mit dem Kissen ab. Scheiße! Dann halt nach unten. Dann geht das vielleicht bei der, bei der Katze? Oh, lol. Okay, Kitty. Nachtzeit. Nein? Nicht interessiert? Ich denke, ich habe die richtige Idee. Nur, vielleicht ist es nicht genug für ihn. Okay. Hm. Ich denke, vielleicht gibt es bessere Möglichkeiten, diese zu nutzen. Hm, nein. Ich glaube nicht, diese zwei wirklich... Ich sollte etwas probieren. Ich werde einfach weg. Das wird nicht helfen. Das wird nicht helfen. Einfach alles miteinander probieren. Irgendwas geht schon. So. Nicht einladen genug. Die war leer, ne? Empty. Und da war er auch nicht drin, ne? Empty. Empty. Genau. Die Olle klappt immer noch und wir uns ihre scheiß Keks verkaufen, weiter. Ja. Ah. Hello. You... Open this door right now. Well... I would like to. It's just... Just nothing. Open it now, child. Well... There were some things I wanted to ask you. And it's just that you seem a little... Angry at the moment, too. Oh. Oh, me? No, 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 no. I'm not angry. I'm just... I'm not angry. I'm not angry. I'm not angry. I'm not angry. You've had quite a big day with all these exercises and... Escape plans. Tch. Äh... Äh... Ma... Äh... Okay. Um... Okay. Just promise you won't use magic on me. Yes, yes. Of course. Open the door. Come on. Come on. I don't know. I don't think you're telling the truth. Open this door right now. I swear, child. You will pay. You know how you will pay. Once I'm done with you, I'll pick your limb from limb and eat you for dinner. Yes. Whoa. Eat me? Oh. Oh. Did I say eat? Nooo. I didn't mean to. I, um... Hmm. Now I'm definitely not opening the door. Just... Hmm. Hmm. Let's... Talk. Yes. That's what you want. Well, come on then. Alles klar. Winfried. Läuf bei dir. Ähm... Warum willst du mich hier überhaupt gefangen halten? Why do you need to keep me here? Why do you need me to do this tele... Kin... Telekinesis. Yeah. I mean... You already have your spells and magic. Pah. Ignorant fool. Huh? Well, it's because... Oh. Company. Yes. Company. It gets lonely around here. Oh. Something good. Rather. But... You hate my company. Well, it's none of your business. Since I'm trapped here, it... Kind of is. Die Winfried, die ist echt ne schlechte Lügnerin, ne? Also die... Oh... Pff... Ich... 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 Wir haben dann auch erstmal genug geredet. Denke ich. Denke ich auch. That's enough talking for now. Dann öffne die Tür. Lass mich über das denken. Geil. Was ist eigentlich mit der Scheißlüssigkeit da gerade passiert? Habe ich die gefuttert? Wie war der Witz? Habe ich das gefuttert? Oh, der Lautsprecher. Das stimmt auch wieder. Oh, cool. Ja, ich hoffe, dass der Fall nicht zu viel Schmerz hat. Nein, sie sind ziemlich gut. Aber, wow, sie fühlen sich so leicht und so leicht. Ich will nicht, dass ich mit dieser Macht bin. Ich glaube, ich lasse das. Oh, Leute. Die habe ich doch gar nicht gesehen. Ich glaube, ich habe genug von dieser Maschine gesehen. Die habe ich da halt gerade nicht mal gesehen, die Unterlänse. Ähm. Ich denke, das könnte nicht der beste Ort sein, die es nutzen. Hm. Ich bin nicht sicher, was gut das tun würde. Das funktioniert nicht. Ich denke... Okay. Äh, das will sie damit nicht benutzen. Gut, dann gucken wir sie mal genau. Maschine, Monitor, Monitor. Ähm. Äh, Fenster. Äh. 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 Nein, danke. Ich will nicht sein, dass ich ungräufig bin. Aber ich glaube, dass ich es vorhin bewege. Äh. Da bin ich wieder. Äh. 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 Lautsprecher und Mikrofon. Briefbeschwerer. Okay. Das will sie also nicht. Dann versuchen wir mal was anderes. Äh. Äh. Kaputter Recorder. Kann man eigentlich? Warte mal. Ich will mal was probieren. Ah. Ich hab gedacht, du kannst du... Man, du lässt mich doch einfach ein bisschen träumen. Äh. 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 Ähm. Versuchen wir mal mit der Spüle. Äh. 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 Sie ist aber noch wieder zickig. Funken sprühendes Kabel. Was können wir da noch benutzen? Küssen vielleicht? Äh. 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 Ähm. Vielleicht nicht hier. Ähm. Vielleicht nicht hier. Äh. Okay. Äh. 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 Okay. Äh. 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 Hexennut. Äh. 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 Vielleicht will die Katze den Hexennut haben? Äh. Warte mal. Äh Katze. Willst du Hexennut haben? Äh. Äh. Vielleicht nicht hier. Äh. Äh. Mädel. Gib der... Alles klar. Äh. Äh. Ist nur mein. Alles klar. Das will work. Äh. Stimmt das doch ein Lautsprecher und ein Mikrofon. Ja stimmt ja. Was soll ich jetzt mal machen? Ich würde die Kirche mit der Kirche schreiben können, wenn ich es wollte, aber ich bin nicht sicher, warum ich jetzt jetzt würde. Hallo. Okay, der weiß nichts. Okay. Kann ich den da irgendwie losmachen, den armen Mann? Ja, tut mir richtig leid. Die Linse können wir auch aktuell mit nicht... Kannst du mal da draußen jetzt mal aufhören? Bist richtig nervig, Mädel. Alter, wir haben diese scheiß Fahrtfinder. Hier. Doch. Was müssen wir denn gelb anmalen, was uns was bringen würde? Der Böde faffere ich mich jetzt bei den Lady. Ich glaube, irgendwas müssen wir mit diesem scheiß Kabel jetzt hier gerade machen. Ja. Irgendwas außerhalb von Reichweite. Es muss ja hier sein, ungefähr. Es muss ja irgendwo hier in dieser Szene sein. Malsachen? Okay, mehr wesentlich. Ähm... Die Puppe? Oh, yeah. Schocki! B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Also Vorhänge hatten wir, Monitor hatten wir, Maschine hatten wir, Kopf... Kopfbedeckung? Ich glaube nicht, es gibt nichts anderes, was ich jetzt ausführen kann. Schön. Hat er eine Ratte? Die Ratte hat er ihn geköllt. Die Ratte hat er ihn geköllt. Ja, mach nochmal auf. Ah, schade. So. Also, und hier haben wir das Regal. Wasserhahn, die Spüle... Böbel, Böbel von uns springen. Hm. Oh, das war gemein, ne? Das ist jetzt aber gemein. Alles klar. Wir müssen einfach mal... Hm. Da würde ich ja auch nicht die Telekinesis auf das Regal machen und die Sachen unterfallen, ne? Hm. Okay, also das auch nicht. Okay, Hexen haben heutzutage sogar Strom. Krasse Sache, ne? Äh. Du, du, du. Du bist da, mein Na. Mädels, halt, Maul. Ich, ich denk nach. Wann mal. Okay, da nicht. Wann mal. Krasse Sache. Ja, den hat die... Blöde Scheißratte. Na, Kacke. Alter, alle pflanzen einfach... Verdorben. Ähm, muss doch noch irgendwas damit auf sich haben, ne? Äh. Hä? Okay, ich hab den Abfluss nicht mit meiner Fähigkeit genutzen. Ja, was soll ich eigentlich mit dem Schimmel? Das check ich immer noch nicht. Nein. Nein. Oh, lol. Hä? Hä? Well, ich bin nicht bereit, es zu essen. Aber jemand anderes könnte... Mmh, Käse. Hier sind wir, Herr Ratte. Einen, äh... lecker, leckeres Cheese. Bereit? Yay! Ich hab's endlich geschafft! Wow. No fucking comment. Dann müssen wir nicht noch hier... Ben holen? Ben, wir können abhauen. Los. So. Ben, los. Hi, Ben. Hallo. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, wir beenden den Part und hauen dann im nächsten Part ab. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann, neuer Puzzle. Und... Bis morgen. Ciao. Schönen Tag noch. Äh. ... ... ... ...